An Mexiko war die mit der alternativen Streckenführung, ne? Für mich. Ja. Zehn Runden, Jungs. Peter, immer so. Nicht nur für dich. Ich kütze ab. Hey Jungs, könnt ihr direkt stehen bleiben hier. Oh! Mann! So schlecht! Oh! Gott! Stehst du einfach auf der Strecke? Bärmlich! J steht einfach, fahr doch weiter! J ist tot! Du bist tot! So, da kommt aber der Saugott J. Alter, du hast den voll weggedrückt! Ich? Habe ich? Der ist quasi tot. Du hast den voll weggedrückt! Voll gekillt! Du bist dem hinten reingefahren und hast ihn zur Seite gedrückt, Alter! LOL! Aber er fühlt sich halt nicht mehr so an, als hätte ich ihn... Was für eine Strecke ist das, das Aserbaidschan? Australien. Okay, Belgien. Was passiert da?! Da passiert was! Oh! Ich guck mir das schön an hier. Oh! Oh! Alter Junge! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh das war gelb! Ey, wie soll man denn da nicht das Ding kaputt machen? Ja, das weiß ich aber auch nicht, ey! Okay, ich bin gar nicht losgefahren. Alter, ich seh überhaupt nichts, wenn wir losfahren. Ich fahr jetzt einfach in den Pulch rein. Alter! Oh Gott! Da ist schon voll viel weggegangen. Man sieht nichts! Ne! Alter! Eine Traube! Eine Traube! Welcher Ass? Ne, Alter! Was soll das? Ey, zwei Fuck-Hindias! Fick mich! Donut Style! Alter, das war ja komplett drückt! Nein! Ich hab ihn verloren! Fick mich! Nein! Fick mich! Warst du da los? Fick mich! Ich hab Fick mich! 10 Sekunden straf! Vergau'n, du hast dich schon gebüsst für deine Verg- Oh Gott! Fick mich! Fick mich! Vielen Dank.